Doba no Roka Roka! Wie komme ich hier durch? Hier, wir erkundigen uns bezüglich eines Ragnos-Clans. Oh! Okay. Und haben einen Funkspruch erhalten, dass jemand Hilfe braucht, der Zug wird angegriffen oder so. Und... Ja. Wiesen dabei zu helfen. Biep! Ach so! Ah! Ach, da sind ja zwei! Okay! Ach so! Nein! Oha! Die Muni! Das ist ja ein Munitionstransport! Oh! Ich sehe hier Loot! Auf jeden Fall... Immer alles genauer anschauen! Ja! Oha! Ja, kein Wunder, dass die angegriffen werden! Die wollen einen Clown! Aber was für ein fetter Loot! Oh! Oh! Ich habe doch auch noch eine Kontaktmine! Cool! Aber okay! Äh... Ja! Ich habe hier alles! Ja! Das hier geht nicht kaputt! Nein! Gut! Ach ja! Warte mal! Scharfschütze oder was? Keine Ahnung! Also wo ist vorne nochmal? Alles klar! Ich muss da hin! Was? Ach schon, dass ich das auch kaputt machen kann! Nur leider sechs Monate Fabrik zu kommen. Okay weiter gehts. Stilm, J.E.G. Dr. B.A.R. Fangt mich doch! Ah, ah, ist klar, ok. Vielleicht sollte ich eine Vorsicht vor Epilepsie oder so reinstellen? Ah, zum Glück treffen diese Sturmgruppen. Ok, ich hab's eventuell jetzt vermasselt, befürchte ich. Ich hoffe mal nicht, aber ich befürchte es. Gut, was habe ich hier für Knarren? Ah, perfekt. Wenn's nun mal nicht so wackeln würde. Die Knarre ist, 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 ist ihren Kaufwert. Damit komme ich jetzt hier hoch. Ah. Hol. Hm. Oh, ein Kitsch. Oh. Nein, ich bin da. Nein. Schau mal. Also. Ach, ich bin hier. Ach toll. Hab ich hier alles genommen? Ja. Okay. Ja. Okay. Ich bin hier. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Ah ja. Nein. Oh, es war richtig. Au Was ein fettes Treffer Hast du das getropft? Hast du das getropft? Hast du das getropft? Na ja, der Scharfschiff Warte mal, den habe ich letztens nicht geholt, oder? Na ja, der Scharfschiff Na ja, der Scharfschiff Na ja, der Scharfschiff Dunkelseitzel Na ja, der Scharfschiff Hörst du mich? Und wenn du dich nimmst Oh, ich müsste mal heilen und vorsichtig agieren Wie komme ich hier durch? Oh, ich habe nicht gesehen. Ich komme die Dinger wunderbar zum Einsatz, finde ich. Jawoll! Besser hätte es nicht klappen können, oder? So, und dann... Jetzt schauen wir mal. Hier ist das... Da ist... Dort... Aha, Mission... Und... Keine Ahnung... Oh, Moni... Loot... Ich bin der Looter King... Ach ne, Shooter King, such mir das. Ähm... Shooter King könnte ich ja auch mal spielen, wenn jemand Bock hat. So, jetzt speicher ich. Was geht hier vorab? Oh... Zu einfach... Hm... 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 War das doch viel? War das alles so? Na, warte mal. Naja, dich mache ich hier, äh, kaputt. Woooffs. Ähhh... Da weht nicht da fällt. Das ist ein gewaltiger... Äh... Keiner, aber feiner Unterschied. Ah! Steckb unten. Jawoll. Danke für die Muni. Ich nehme alles. Komm, wäre ich doch nicht leer. Ja und jetzt? Oh, ist ja gut, hat geklappt. Speichern. Hm, nein. Aber wenn du willst, kann derjenige gerne zu dir kommen. Oha. Ciao. Gibt's hier noch was? Nein. Ah, Laminada. Kovalenovada. Hepp, 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 hepp. Oh, Kaster. Ah, jetzt? Ja. Wie lange geht das nur noch? Hä? Kai, es ist eine Bombe in der Wagen. Ich habe eine Schafel gestellt. Oh mein Gott. Was? Bombe? Alla, wo Bombe? Äh, wir entschärften die Bombe. Oh, zur Sache. Hä, hä, hä. Ja, was für dich? Ah. Ich dachte die Jedi wären starren. Ah. 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 Oha. Ah. 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 was willst du? oh nein echt jetzt echt jetzt das klingt ja schnell das war gar nicht sehr übel ok mission erledigt schlechte Neuigkeiten Jason die Bahn wird immer schneller wir wollen sie in die Station jagen du musst zum Kontrollraum gelangen und sie so stoppen Moment das möchte die Ressourcen alle abziehen absaugen ab 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 Bin ich fertig? Kann ich posen? Achso, ne? Folgenende? Nein, nein, ja, nein, ja, nein. Schamperlein. Jawoll! Ja! Hä? Oha! Ja, läuft bei mir! Nein! Ah, soviel zum Thema läuft bei mir. Vielleicht, warum läuft er auch weiter? Okay, daran war jetzt... ...ich nicht schuld. Ah! Oh! Ah, na gut! Aber trotzdem kann ich mit ihm flitzen, ne? Ah! 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 Oha! Ah! Ah, komm her! Ah, du komm her! Ah,äh. nein hör auf zu laufen ich merke schon was hier die schwierigkeit in wirklichkeit ist nicht runter zu laufen wenn man den gegner tötet besiegt man nicht natürlich rein jedi pazifistisch heute pazifistisch so heilen speichern und rein da ich habe die schiffe aus ach so deswegen wird die ganze zeit rum geflogen ausgezeichnete arbeit mit der bahn ihr wart genau zur richtigen zeit dort wenn die bahn in der stadt explodiert wäre hätte dies tausende das leben gekostet ja was für ein glück ne ok sprung sprünge 95 armeingriff 35 körper 43 vier blitze ich habe versagt es ist etwas passiert wir brauchen dich zurück an der akademie oh nein jaden ich weiß es wie kaum jemand anderer die dunkle seite ist sehr verlockend besonders mitten in einem kampf daher passt du besser auf kein problem ich habe euch hierher gebeten da ich beunruhigende neuigkeiten habe jemand ist bei mir eingedrungen und hat höchst wichtige daten über orte eingesehen an denen ich eine starke präsenz der macht gespürt habe orte wie die wolkenstadt hoff und bis was außer einem tagesausflug kann man damit anfangen auf jeden fall nichts gutes ich glaube dass das zepter das jaden sah irgendwie die restliche macht vom massasi tempel entzogen hat die macht entzogen wie geht das denn ich bin nicht sicher aber ich weiß durch die jedi holocrons dass in der vergangenheit objekte erschaffen wurden die die energie der macht speichern können die leute die jaden sah könnten einen weg gefunden haben die energie der macht mit diesem zepter zu sammeln was ich als gefährlich erweisen dürfte und was planen wir daher wir müssen die orte aus meinen aufzeichnungen untersuchen daran werden alle schüler teilnehmen corin du gehst nach weyland kyle du siehst dich im tal der jedi um endlich etwas action warum sollte jemand die energie der macht stehlen keine ahnung du machst dir zu viele sorgen jaden ich wette dass diese kult typen gegen einen jedi keine chance haben wir sind aber noch keine jedi wir sind nur schüler ihr mögt nur schüler sein aber ihr macht beide große fortschritte übertreibt es nicht jaden ich sende dich nach hoff wo ich eine vision von obi wan kenobi hatte dort wird eine sehr starke aura sein rosh du begibst dich zu den resten des planeten bis er liegt sehr abseits und der kult kann dort kaum gewesen sein bleibt nicht zu lange die hinterbliebenen könnten dort noch aktiv sein in ordnung dann hätten wir alles möge die macht mit euch sein und mit ihnen meister skywalker viel glück ruf mich wenn du hilfe brauchst ok ok ach ja das ist die nächste mission ich komme auch einfach nicht dazu aufzuhören aber ok danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal wir haben aber und also das ist so als